Herzlich willkommen an den Bildschirmen zu Hause, zum dritten Solo- und Asabel-Wettbewerb der Entli-Bucher Musikschule. Besondere Umstände erfordern besondere Massnahmen und wegen dem darf leider heute kein Publikum vor Ort anwesend sein. Aber wir freuen uns umso mehr, dass ihr zu Hause an den Bildschirmen den Wettbewerb mitverfolgen könnt, dank diesem tollen Livestream. Viel Spass beim Zuhören. Ich darf gerade vorhin noch die Jury vorstellen. Es sitzen Frau Helene Feichtel, Jolina, Pädagogin und Jan Müller, Euphonist und Dirigent. Weitere Informationen zu den Juryoren finden Sie auf der Homepage der Entli-Bucher Musikschule. Ein herzlichen Dank unserem Hauptsponsor, dem Rotary Club Entli-Buch. Weitere Sponsoren an diesem Wettbewerb sind Musikhaus Luzern GmbH, Musikatelier Wilisol, Papella Papeterie Schöpfe, B-Braun Medical AG, Elektrisola Feintrati, Zürich Generalagentur, Notencafé GmbH, Sportbahnen Marbach-Eck, Ducern Violins und die Klientis Entli-Bucher Bank. Danke an alle Teilnehmenden, allen Lehrpersonen und den Klavierbegleitungen für das Mitmachen und Ihre Vorbereitung. Herzlichen Dank schon bei allen Aufführenden. Viel Spass und viel Glück beim Auftritt. Als erstes spielt Remo Mösch Jahrgang 2008 von Schöpfe auf dem Waldhorn Kategorie U13. Er spielt Legende Rustic von Pukart und begleitet vierter von seinem Waldhorn-Lehrer De Kylian Yenny. Viel Vergnügen! Gesichtsausik Musik 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 Wieder aus der Kategorie U16, Noël Schumacher, Jahrgang 2007, ebenfalls auf dem Waldhorn, mit dem Stift «Legende Rustic», begleitet von seinem Klavierlehrer Kilian Jemmi. Musik 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 Vielen Dank. 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 Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020